Ich heiße David Chainschmidt, ich bin Regisseur von Bibergeil und freue mich, dass wir hier im Theater in Brandenburg spielen, jetzt Anfang Januar. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt Bibergeil? Ich glaube, viele können mit dem Begriff erstmal nichts anfangen. Man weiß es auf jeden Fall, wenn man das Stück gesehen hat, aber so als kleinen Einblick kann ich trotzdem schon mal ein bisschen was sagen. Bibergeil heißt, ist das Sekret, vielleicht wissen es ja auch manche, mit dem der Biber seinen Fell fettet. Dieses Sekret, das kann man für sehr viele verschiedene Sachen nutzen und was das genau ist, das erfährt man auf jeden Fall im Stück, danach ist man klüger.